Ein Zombie ist zu be- Ich muss mich leben. I'm sorry. Oh my god, das ist gruselig. Ich kriege was mit der Hand geblieben. Ja, okay, lass machen, oder? Ja, lass mal in die Lobby gehen, darf ich grad mal ein Soundcheck machen. Egal, lass spielen. Warte, na wir müssen noch ne Begrüßung machen, verdammt. Na egal, machen wir jetzt mal zu einem neuen Video. Zwar, dies war eine Horror-Map. Mit den drei, mit den Vieren hier. Mit Liquid-Kill, mit Gezall. Wir sind drei, Junge, lern zählen. Du bist einer der Sucht. In 4, in Tab steht das dort. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Egal. Aber ich bin jetzt diese Horror-Map. Die Horror-Map ist in der Videobeschreibung verlinkt. Vielleicht kommt jetzt schon ein Jumpscare, weil wir hier schon das planen, ne? Aber das ist scheiße, die sind... Warte, ich hab was, ich hab ein Buch, ich hab ein Buch. Warte, man hört nur was auf der linken Seite. Also, don't be scared. I'm shopping with Cassandra for your birthday. We'll come back a little bit later. You know, Cassandra is eight years old. Well, it's gonna take a long time. Love you. Und diese Map ist auch nicht, ähm, Dingens. Diese Map ist auch nicht Multiplayer-fähig eigentlich. Aber wir machen's trotzdem. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, komm, juckt uns jetzt nicht. Wir haben einfach eine Informal gemacht. Hey, ich hab Spark gefunden. Wo? Wo ist denn ich, Alter? Warte, Marvin! Mein Schrank oder so. Marvin, ich schenk dir mein Buch. Das ist um den Text zu... Also, das ist gerade zu öffnen. So, ich hab Angst. Hey, lass mal alle... Hey, lass mal alle zusammenbleiben. Hey, wir lachen nicht hier alleine. Oh! Warte, wärmacht auf, wärmacht auf. Ah, geht nicht auf. So. Ihr geht bitte vor, okay? Ich lauf immer hier schnell. Okay, komm mit, komm mit. Hier liegt Sachen. Ah. Das kann man aufm Boden mit Rechtsklick aufheben, ne? Oh, es hat gelegt bei mir. Ah, das ist... Oh! Oh Gott! Oh! Oh! Oh, was ist denn los? Warte, warte, ich telefoniert. Nein! Oh, boah! Wir müssen aufm Klavier normalerweise, aber es... Oh, so. Ey, was ist denn los, wenn der Karte telefoniert? Haha, ich telefoniert. Wahnsinn. Weil der Klavier spielt. Ja, ich kann Klavier spielen. Ey, hör auf zu spielen! Oh! Oh! Oh, scheiß auf ihr. Auffall. Ich hab ein Papier bekommen. So fährdum. Warte. Ich will das Klavier haben, von. Warte. Was ist denn? Lass das Klavier. Lass das Klavier? Da stehst du die ganzen Ohren ab! Es sollte übrigens ein Game O2 sein, Leute. Ich weiß. Och ne Leute, es hat die Map kaputt gemacht. War doch... Oh was? Sie hat das Klavier kaputt gemacht, verdammte Scheiße. Hey! Hey, wer war das? Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen. Nein, wir haben die Web-Show geschaut, sonst. Egal, war nur ein Klavier. Ah, jetzt. Bring locker jetzt gleich hin. Oh, das war wegen dem Klavier. Jetzt habt ihr das scheiß Klavier abgebaut. Let's hear some JB. Jetzt muss ich wieder... Geht mal weg. Oh. Ich behalte die Musik. Nein, 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 das werden wir wieder hinterlässt. Bitte lass. Okay, wir müssen weiterlaufen. Kommt mit. Alle Game Mode 2, ja? Keiner ist Game Mode 1. Wir müssen wieder runterlaufen, kommt. Noch mal Neustadt oder was? Nein. Nein, machen wir nicht. Wir gucken, warte, der Lichtschalter ist ja. Hey, wo war's das? Wo seid ihr? Äh, wo bist du? Warum seh... Warum seh ich hier so ein... Achso, oh. Äh, sorry, ich spiel ja mit Lady Mode. Ups. Ganz sicher die... Dings. Ja, Leute, wo seid ihr denn? Ja, kommt, trefft uns alle in der Küche oder herunten einfach. Ja. Ich weiß halt nicht, wo Frax ist. Aber ich wollte mich auf den Tisch setzen. Na, nicht tönen, Alter, sonst machen wir die Müt wieder am Arsch. Ja. Mein Leiter ist wohl notiert. Oh, was ist denn das? Lol. Das ist ein Kuchen. Das ist ein Kuchen. Du, Lanza, du isst eine Jukebox. Was? Das ist doch ein Kuchen sein. Oh, lecker. Ich weiß schon gleich, dass ein Jumpscapt kommen wird, weil ich die HP seh. Aha, was sollst du denn jetzt hier machen? Ich muss nicht hin. Ey, kann man bitte normal spielen? Ja, genau, lass uns normal spielen. Ey, ey, raus. Beim Dick los, der hat direkt nebeneinander. Ich glaube, ich hab die Musik. Ich will auch. Oh, ich bin zu dumm. Okay, lass uns hier weiter gucken, was willst du denn hier überhaupt machen? Weil wir spielen die Horror-Mapper, wir gucken sie uns nur an. Ich ziehe das Licht einfach mal nicht an. Ja, ich weiß. Ey, kommt alle runter. Ey, die Musik ist jetzt fröhlich. Ey, kommt mal alle raus. Wie viel sollte man die Helligkeit auf vier setzen? 40. 40. 40. Stell dir einfach mal so auf. Oh. Tschüss. Ich hab auch diesen Papier. Da ist der Zombie. Und ich hab auch den Pako, komm. 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 Ihr geht dann durch die Tür, okay, bitte? Ihr geht. Ich, ich bin... Ah, da vorne ist die Tür. Nein. Ich kann nicht nachkommen. Oh oh, oh oh. Wo ist X-Polch hier hin? Er ist gecrashed. Okay. Alles klar. Okay. Ich hatte das Papo. Don't get red, 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 shit. Ah ja, da ist ein Jumpscare. Okay, Leute. Die Map ist... Oh! Fuck. Fuck. Dein Ernst. Mein darf eigentlich nicht mehr raus, also bauen wir jetzt rein. Gibst du gerade auf? Ja. Das ist, weil wir das in Multiplayer spielen. Alle TP zu League Critical machen. Wer geht denn immer vor, soll ich immer vorgehen? Da teleportiert ihr euch immer zu mir, ja? Ich glaube immer. Warte, hier, hier, komm. Ich glaube, hier. Oh, TP zu League. Nein. It is all real. Nein, das ist nicht real. Das ist mein Traum. Ey, was ist... Was wird Ihren Haus hier? Oha, ich hab grad Schreie gehört. Ja, ich auch. Nur weil ich mein Haar hab. Es ist ein Weg. Alter, schrei nicht so behindert. Es ist ein Weg. Okay, ich lese vor, komm. Ähm, News. Ich tu gut englisch vor. 10. Oktober 19... 1954. Eka. Exident. Exident. Oh, oh mein Gott, lest du, ich kann nicht lesen. Gib mir. Soll ich? Ich versuch mal, ich bin Ebums, kein Engländer. Äh? Ebums. Eums. 10. Oktober. Äh, 1000... Äh, 1954. A car accident occurred in the Hamilton Street. Äh, 32. A woman and a child were sitting on this car. The eight years old child barely survived. The child's father and husband and the child's father and husband was home at the that time and knew nothing I'm going to get rid of everything. I'm going to get rid of everything. What? What is that? Are you happy now? Man, that's all my hands. I'm going to get rid of it. 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 Was that mean? Hehehehe. Hey, alleine will ich so Schiss bekommen, alter. Ja, zum Glück seid ihr hier und ich hab meinen Ich bin wegen dem Ohrhörer extra ein bisschen weggepackt, damit die Sound ist ja ein bisschen... Ich hab ihn von mir, ja. Warte, die Tür ist offen. Wir müssen hier... Nein. Okay, ich... ich geh mal vor. Ja, alle Kritiker? Flüss. Nein, diese Kinder... Hast du meinen Kloch? Das stimmt, Alter. Ich... Echt große Schiss. Warte, da drüben ist... Da drüben ist so ein Raum. Nein! Was war das? Ach so. Da hatte ich Radio. Creeper! Ich glaub, die sollten hier aber nicht spawnen. Oh. Oh. Gut. Ich hab ne Tür geöffnet. Ich geh nicht durch diese Tür. Nee, aber... Wer kommt mit? Ich bin dabei. Oh, da hängt Blut. Blut? Erstmal Blut gesehen hier auch. Blut? Oh nee, das Kind. Das arme Kind. Ey, hier sind Fußspuren. Ich glaub, wir müssen die Fußspuren folgen. Hier ist aber nix. Du darfst nicht Blut zahlen, sonst wird das... Ab 18 hier das Video vielleicht... Das stimmt. Ey, das ist Ketchup. Das... Ey, das Kind versch... Äh... Versch... Oh! Shush. Das ist Ketchup. Im Happy. Hat man was verstanden? Ich kann das nicht. Werden, wer geht zuerst? Okay, was soll ich jetzt erst? Black Room. Kind. Kind. Ich bin das 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 Kind. Wo geht sie weiter? Wie geil sie mein Alter? Wie geil sie mein Alter? Okay, runter da, Alter. Das Baby kommt gleich. Oh! Keine Kissen. Was ist das? Rüstungsstände? Toll. Das soll nicht... BIN. 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 Du wurde von ein Bild abgebaut. Ey, ich hab Herzen... Ich hab Herzenfuck. Ich hab Herzenfuck. Ich nicht. Oh mein Gott. Cominier kann ich für eine Kopfhörer auch schon leiser gestellt, ne? Ich schwere ich mach Wucke komplett aus. Ne, Spaß. Aber. Ey, ich hab so einen Herzenfuck bekomm. ich nicht war ganz normal hier wieder Dear Richard Dear Richard I know you love your music very much but but please don't forget your family your family told me that you are up all night long and your music so it's hard for you to deal with your illness but your family is more important than your music you should go to the doctor he will understand you and can help you if there is something else I have got time for you your Sam shut up Sam ok da hinten na die gibt nicht auf links rechts dann ja hier ich hab so ein Herz bekommen oh da das wieder das Klavi tippe dich zu mir Gott sei warte please daddy nein daddy oh was passiert jetzt tschüss ey warte warte ich film mal Dings ich will listen hey daddy Alter das haben wir aber geil gemacht can we play a game now when mommy is no longer there for me please P.S. I have written this to you because I don't want to make you angry go to bed lüt dich nicht Gott sei du blebst immer beim ohr stop talking stop talking your dead mother oh it's so much again blablabla there is daddy blablabla ey wer hat zu schiss gerade ich nö hier hat lich das Buch auch keine Lust was be steady only one I haven't eaten something for a while will you write me again such a stupid letter then I will make sure that you get nothing more to eat schabt wird wird sie einfach leute ist jetzt ich bist diese vor allem wüsste was jetzt leute die drüben auf 3 das sind quarts in den enthält es ist so ein bisschen zu mir zu mir sollte gehen der zweite wieder nötig ich bin flüstern guck mal natürlich genau das ist blogspiel alter weil schon dass man ein bisschen kuscheln kommt alle her man kann einfach einblenden davon habe ich am meisten schiss das ist mal auf einem app passiert also das ist das ganze bild mit einem an die dunkle ecke geht es nicht ich bin in der wand tippe dich schnell die kritik okay ich bin fast tot ich glaube aber das ist das verpackt mit den rüstungsständern ich glaube wir sollten so babys oder mit köpfen und so was ich glaube ich das ist schon absicht weil das davon glaube ich das ist ab 6 das spiel warte kommt wer ist daddy keine ahnung ich bin das kleine kind der macht die tür zu woher heißt wo alter ist also inkompetent ich bin gemut das mädchen heult ihr geht vorne text ich würde eine ahnung ich hätte ein bisschen besser gewesen ich hätte nielle mal immer mit ihr es ist keine es gibt niemand will w quanto du 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 w quanto du w quanto w quanto w quanto glück geht zu das waldchen da hinten mal die lichter was steht da ich bin ich bin die lichter Angst ja auch aber nur gegrüßt blablabla hey Kau das ist deine Ernst wir machen das nur scheiß don't help her doch ich helfe ihr immer verlaupte Schleicher ja da stehen wir dürfen ihr nicht helfen lass wir zurückgehen schreibt auch bei dir jemand nein das ist komm auf unseren Teams Weg Johnny jetzt aber zum Glück zum Glück hab ich nach rechts guckt und ich stand davor vor diesen Phase das war diese Bilder die ich meine die haben das gerade eingeblendet das war ein Bild ich hab Schaden bekommen oh Gott halte die P zu mir oh ich hatte gerade so einen leichten hier ist ein Fakt hier ist ein Mistake oder was auch immer ich glaube es ist alles auf Kopf geraten lol ist das extra so mir wird schwindelig von dieser Map oh lol alter Schicht oh mir wird voll schwindelig irgendwie grad oh ich glaube hier müssen wir lange hä 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 auf einmal ist dieser Raum jetzt wieder eine Kuh Hallo Hallo mein Name ist Richard ich kann äh ich kann äh ich kann nicht sagen weil meine Illness Illness heißt Krankheit und das heißt Cannes äh sehr für das stupide Paper ich bin glücklich zu euch ich bin gut danke und ihr? meine Hobbes sind zu Hobbes I will be there see you later Emily ok kommt Warte, wir müssen Marvin hier durch die Tür schubsen. Ja. Nach vorne. Danke. Ich trenne mich schon mal im Kreis. Mucke, 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 Mucke. Hier ist Ketchup. Wo? Ich liebe es. Hier ist Ketchup. Oh. Da hat wohl einer ein bisschen Ketchup gespürt. Was soll das hier dann darstellen? Mann, da hat er lieb zu verfehlen. Hat er die Pizza ausgeschüttet? Egal. Du kannst nicht die Bilder schieben. Hängen wir dran, warte. So. Ah, hier, hier. Jetzt get out of 4. Wir sollen rausgehen, sagen, die machen wir aber nicht. Ist zwar strafbar, aber... Nee, 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 ich will damit hier rausgehen. Wie soll man das Haus gerade, ne? Oh, ja, das kann man lassen. Das ist eine Blutspur, lol. Ich meine, Ketchup. Ich soll bei die Wände... Ich nehme mal alle Bilder, wenn man die Wände sauber macht. Oh, genau. Nein, das ist eine Unruhe, ey. Kuchen, wir haben. Ja, jemand hat mit einem Edding auf den Boden gemalt. Jemand hat mit einem Edding auf den Boden gemalt, guck. Mann. 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 Warte, kommt mal mit. Play for me, Richard. Play for... Oh, nee, da hat schon wieder jemand mit Edding gegen uns gemalt. Is this music not great? Ah, this is actually freak good, Mrs. O. Komm, ihr geht vor. Ich schubs euch. Nein. Oh, was? Lol. Kuchen. Kuchen. Nein. Das war nicht so gut, den Kuchen zu essen. Ich glaube nicht. Komm wieder, diese schöne Musik. Yay. Gleich vom Jump Scare. Oh. Oh mein Gott, ich habe gerade so Angst, ich habe gerade so Angst, ich schwör. Kuchen? Nein, ist die Kuchen schon auf. Oh, jetzt kann ich endlich wieder sprinten. Ich glaube, wir haben den Kuchen kaputt gemacht. Ich habe Hunger. Nein. Wo sind wir? Lol. Oh, ich habe den Kuchen aufgebaut. Oh, jetzt bin ich wieder... Kann ich mich... Ah, da muss ich ein Effekt kriegen. Das war... Oh, was... Was haben die hier gemacht? Haben die dagegen... Das ist der Geburt. Ich habe... Das... Das... Das wurde ja, glaube ich, in real life aufgenommen. Wie, glaube ich. Jetzt muss man so einen Sound einblenden, so. So, wie man gerade scheiße. Oh, da liegt ein Text. Hier, Punkt. Ich lebe den nicht. Turn around. Was heißt das? Umdrehen. Ach, nein. Man soll die Tür... Ja, können wir nicht, weil das ist keine Tür. Stimmt. Oh, sch... Oh, das waren die mit Turn around. Mein Name ist Emily. Hi, Emily. Ja, wo bist du? Ah, Alter. Ich glaube, ich glaube, es sind... Ach so, ja, hier sollen echt Köpfe dranhängen. Guck, die werden gerade erhangen. Ja. Funktioniert leider nicht. Ja, aber der hat das Seil ist wirklich nice gemacht, muss ich sagen. Warte, ihr jetzt... Warte, dreht euch im Kreis, dass ich nicht schwindig werden kann, wenn irgendetwas kämmt. Don't speak. Jobs came! Ah! Ah! Ich bin weg! Like you. Langsamkeit geht in null zu Ende. Oh. Was? Lol. Ich mag uns. Ja, ich bin... You missed it. Ja, das war nice. Ich hab so ein hässliches Face auf einmal. Ja, das ist so nice, Alter. Ich nehm auf, Alter, das ist so geil. Ich bin wieder alle... Ich hab so welche herzklavieren. Kommt man her. Oh, ich kann mich gar nicht bewegen, wir müssen es wegschlagen. Okay, wir machen MLG-Taktik. Gott sei Dank, schlapp mich. Genau. Die End. Schon zu Ende? Ja, wir haben es geschafft. Ja, cool. Oh, zwei starke Jumpscares überlebt. Ich hab vor allem einen weggeguckt. Ich hoffe, das war... Ich hab allen drei hingegangen, geguckt. Naja, wie fandet ihr jetzt? Ich muss ganz ehrlich, dem Hersteller muss ich wirklich... Ähm, wirklich Bravour sagen. Der hat wirklich... Naja, also man wurde halt manchmal in so Bilder teilen. Hey, ich hab mal ne Frage. Wer spielt jetzt mir die Nacht durch? Ich kann die Nacht nicht überleben. Ja, ich werd auf jeden Fall heute nicht schlafen können. Also, ich fand's die ungrüseligste Horror-Map, die ich jemals gespielt habe. Ja, Diamant! Den hab ich mir verdient. Guck hier auf uns niederkopf, natürlich, ne? Ich zieh ihn wirklich erst. Also, you can give me... Also, you can give me... Willst du dich für deine coole Map? Ja, ja. Rob's gehen raus. Ich hätt' gesagt, ich geh jetzt in die Lobby und tun etwas, okay? Oh, den Diamant kann man ihm schenken. Ich kann gleich... Warte mal. So schenke ich ihn. Ja, du klaust ihn, den Diamant. Mach mir Angst. Ah, ich hab' Kopfschmerzen. Ah, dein Kopf... Ach, du hast auch mal mit den Kopfschmerzen. Gott sei Dank, Kopfschmerzen. Oh, fuck. Ja, okay, Leute, dann war's das mal mit diesem Video. Ich hoffe, was hat euch gefallen. Wir haben uns alle erschreckt. Bitte alle, die jetzt unterachten sind, nicht schlafen. Was, die juckt doch keiner, Alter. Kleiner zirbt. Das ist doch voll der Müll gewesen. Also, nicht Müll, aber es war nicht Horror so heftig. Ich glaub, du musst... Weil die Rüstungsstände haben nicht funktioniert, weil da wären normalerweise bestimmt so detaillierte Köpfe dran und sowas, so Zombie-Köpfe oder so. Ja, ganz sicher. Ganz sicher so voll gruselige Babys, so wie Annabelle oder so gehängen. Ja. Oder Foltergeist. Ich muss gleich auf jeden Fall nochmal sagen. Ich geh mal kacken. Ich spende das Video auf jeden Fall. Ich hab auch aufgenommen. Like das Video. Like das Video. Like das Video. Abonniert mich. Nicht. Doch, klar. Link in der Endcard. Genauso wie Gottseizkanal. Na, warte, du Kleiner, ich bring dich um. Das ist endlich mit Exploschen. Das ist jemand. Nein, wir können über alles reden. So, da ist ein Diamant. Oh nein, wir können über alles reden. Nein, sind Diamant. Aber ich will nicht allein wie Emily Enten. Oh mein Gott, der hat mich vergrasiert. Er hat nen Kopf. Ich hab aber die Sorry gar nicht gecheckt, um ehrlich zu sein. Ja. Ich auch nicht. Ich glaub, ich hab irgendwie die Map durchgebrochen. Ich glaub, dass die Mama gestorben ist, wie die Kinder waren. Ich glaub, ich hab die Map aus Versehen gebraucht. Weißt du was? Ich geh jetzt erstmal kacken. Und jetzt kommt, wenn du jetzt... Ich hab die Name des Zowses. Ich hab die Schrauben gebraucht. Ich hab die Begebräst geteilt. Ich hab die Schrauben gebraucht. Ich hab die Schrauben gebraucht. Ich hab die Schrauben gebraucht. Vielen Dank.